UNTERTITELUNG Dein Vater wird Klinikchef. Bist du auch euch hier wohl? Wahrscheinlich, ja. Was ist denn mit Mädchen? Ich hab keine Zeit für sowas. Du denkst, du bist was Besonderes mit deinen Büchlern. Kennt jemand die vier Feinde der sozialistischen Volkswirtschaft? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ist das Ihr Buch? Es ist eine vorsätzliche Provokation. Du hast den Arsch aufgelassen, als du hierher kommst. Ich hab euch nicht rumgebeten. Bitte! Kommen Sie doch mal mit, für einen kleinen Moment. Die Stasi war bei mir. Versucht mich zu erpressen. Du hast doch immer so große Töne gespuckt, von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Du bist bei der... Das ist doch alles verloren! Oh! Warte mit dem Buch! Nein! Mein bester Freund. Soll ich dem vertrauen, wenn ich dir? Die Angeklagten werden verurteilt, zu einer Strafe von 20 Monaten Freiheitsentzug. Ich weiß, dass wir es nicht machen. Sie wissen gar nichts. Sie haben ganz da eingebildeter Schnürs. Auf die Straße! 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 Auf